Ich soll stören, als du... So, tut sich da sein. Marc, jetzt bist du ein bisschen... ein bisschen nackt. Natürlich... Haben wir vielleicht eine Jacke von Alfred da oder so irgendwas? Könnten wir sowas haben? Schaut sich bitte nach. Ich schreibe jetzt darüber. Was für ein Zufall. Was für eine Kombination. Herrlich. Gut. Dann darf ich euch bitten, das Ganze umgekehrt zu machen. Lukas als Herbert. Marc als Alfred. Wuhuuu. 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 Ich möchte mit dir reden. Vater ist ganz begastet von dir. Ich finde, wir sollten Freunde werden. Aber ich muss doch noch zum Ball. Du musst zu mir nett sein. Ich will dich verstehen. Was mag dich so blass? Bist du klein? Mir geht's gut. Vielen Dank. Aber nein. Du hast Fieber, mein Freund. Du solltest im Bett sein. Nein. Was muss ich sehen? Du zitterst vor Angst. Nein. Nein. Ich zittert. Aber ja. Du bist endlich mein Freund. Man hört. Gibt's einen Ball irgendwo? Du. Hast einen süßen. Und du. Nein. Ein Ball. Und deine Augen. Die Augen. Die wimpern total wie Fäden aus purem Gold. Wie ja. Heut Nacht ist bald. Ich lad dich ein. Fein und sich als Herzenschein. Das wird gigantisch, romantisch. Mit dir im Arm werde ich im tiefen Himmel sein. Die Stein боль. los und Kundon Agnesчеin. thighs st existieren. Nach proportion. Sie sind bald. Ach! 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 Excuse me. Lieb an, zeig mal, was liest, ein Buch an Gedichte, oh, oh. Ich wusste es ja, siehst du, du bist verliebt, oh, oh. Dass es so etwas gibt, auch ich bin verliebt, nun rat mal den Weg, ja, ich liebe dich. Wenn Liebe in mir ist, dann kann ich nicht widerstehen.